Liebe Holz-Enthusiasten, seid ihr auf der Suche nach einem Holzspalter, der euch bei euren Brennholz-Vorbereitungen maximale Leistung und Flexibilität bietet? Dann werft einen Blick auf den Schepach HL3000GM, einen wahren Kraftprotz unter den Holzspaltern. Mit seiner sagenhaften Spaltkraft von 30 Tonnen und der Möglichkeit eines Zapfwellen- oder Elektromotorantriebsmeister dieser Spalter selbst die härtesten Hölzer mühelos. Lasst uns genauer hinschauen, was dieses Kraftpaket noch alles zu bieten hat. Das Herzstück des Schepach HL3000GM ist seine gewaltige Spaltkraft von 30 Tonnen. Damit bezwingt er selbst knorrige Hartholzstämme mit bis zu 40 cm Durchmesser und 1,1 m Länge. Egal ob Buche, Eiche oder andere Hölzer, der Spalter meistert sie alle mit Bravour. Und das Beste. Ihr habt die Wahl, wie ihr ihn antreibt. Einfach über die Zapfwelle eures Traktors oder den integrierten, leistungsstarken 5500 Watt Elektromotor, so könnt ihr ihn ganz flexibel an euren Bedarf anpassen. Perfekt also, ob ihr ihn stationär in eurem Brennholzlager oder mobil auf der Holzeinschlagstelle einsetzen wollt. Neben der beeindruckenden Leistungsfähigkeit bietet der Schepach HL3000GM jede Menge durchdachte Details für noch mehr Bedienkomfort. Die integrierte Stammheberfunktion hilft euch, selbst schwere Holzstücke mühelos aufzunehmen und richtig zu positionieren. Dank der niedrigen Bodenplatte gelingt das ganz einfach. Und mit der stufenlosen Einstellung des Spalttubbes könnt ihr den Spalter perfekt an die jeweilige Holzlänge anpassen. Die Zweihandsicherheitssteuerung sorgt zudem für einen sicheren Betrieb. Für den mobilen Einsatz sind die großen Laufräder und die Dreipunktaufnahme optimal, so lässt sich der Spalter kinderleicht von A nach B manövrieren. Der Schepach HL3000GM ist schlichtweg ein Volltreffer für alle, die eine hochleistungsfähige und zugleich flexible Lösung für ihre Holzverarbeitung suchen. Mit seiner sagenhaften 30-Tonnen-Spaltkraft, der Wahlmöglichkeit zwischen Zapfwellen und Elektromotorantrieb, sowie den durchdachten Komfortfeatures ist er perfekt für den professionellen Einsatz gerüstet. Egal ob im heimischen Brennholzlager oder auf der mobilen Holzeinschlagstelle, dieser Spalter meistert alle Herausforderungen mühelos. Und dank der robusten Stahlkonstruktion steht er euch auch über viele Jahre zuverlässig zur Seite. Also worauf wartet ihr noch? Holt euch den Schepach HL3000GM in eure Werkstatt und bereitet euer Brennholz mit einem Höchstmaß an Leistung und Komfort vor.